Finishing, wie Julius Caesar bereits sagte, als er seinen Abschluss in Wikipedia im Kuren machte. Willkommen zurück zu Mortal Kombat X. Ja, wir sind immer noch Sub-Zero der Eismagier. Im vorletzten Kampf, glaube ich, seines Kapitels, gegen den komischen Bogenschutz, ich weiß den Namen nicht. Äh, nein, Takeda war der andere. Äh, ich verriert dieses Geräusch, das ist nicht mein Handy, das ich vergessen habe, auszuschalten und das ich jetzt schnell ausschalte. Ähm, das war eine Einbildung. Durch die Schläge auf den Kopf. Passiert mal. Äh, was ich eigentlich fragen wollte, was ist eigentlich euer Lieblings Mortal Kombat Charakter? Unabhängig davon, welches Teil, ob man ihn spielen kann oder nicht. Meiner bisher war Noob Saibot gewesen. Ich fand den einfach so geil. Noob Rents. Äh, aber ich muss sagen, mit Mortal Kombat X ist noch ein neuer dazugekommen. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Äh, Takeda ist Vater, der Kerl mit der Augenbinde und dem Schwert. So, jetzt wäre es jeder, wer gemeint ist. Äh, genug gelabert. Geben wir dem, ich glaube, sein Shaolin-Mönch, eins auf die Fresse. Mit einem Eisball. Nachdem er uns in die Brust geschossen hat. Geben wir dem, ich glaube, sein Shaolin-Mönch, eins auf die Fresse. Ich hasse es ja, wenn mir irgendein Kerl mit seinem magischen Stab in die Fresse sch... Okay, das kann man auch wieder leicht anders rüberkommen. ... ... ... ... Das war's für heute. Maulheldentum passt nicht zu dir. Vorschläge? Sub-Zero. Reden wir. Diese Chance ist vertan. Euer Plan, Cage? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los. Ja, denke ich auch. Chu, Deng Jin. Das war's? Das war alles ein... Eine Übungsstumme. Mist. Ich hätte es wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle. Von General Blade. Priorität eins. Außenwäldler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenwäldler? Kein Problem. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn Sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Das ist nicht gerade leicht. Danke, Kenji. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf Sandor stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber Ihr Außenwäldler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen. Melina. Sie haben eine Waffe, wie sie... ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shenox' Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. SE, Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hm? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Wen meint sie? Kenji, geh mit Lee May. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Fleck nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotel Kahn fragen, ob Lee Mays Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hat er erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so? Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Lee May muss einfach die Wahrheit sagen. Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie Stead? Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe... Du bist nicht von hier. Ich bin vom Erdenreich, wie du. Mein Auftraggeber Kotel Kahn ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotel Kahn sprechen. Hier. Wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu. Du kannst uns einsperren. Sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Kahn? Ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt mir. In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotel Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin? Verschwindet! Los! Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Eine Lektion in Vertrauen von einem Söldner und gleich noch eine Lektion. Können wir die Stimme von Aaron Plek nicht irgendwoher? Also mir kommt sie sehr bekannt vor. Moment. Der spielt bei DC einen Helden. Moment, wie hieß er nochmal? Die komische Laterne. Green Lantern. Nein, oder? Ryan Reynolds, kann das sein? Ich glaube, Ryan Reynolds. Ich weiß nicht mal, ob ich den Namen richtig ausspreche, ist mir aber egal. Bei X-Men Wolverine hat er Deadpool gespielt. Ich glaube, er spielt jetzt im kommenden Film auch Deadpool. Ryan oder Ryan? Auf jeden Fall Reynolds. Glaube ich jedenfalls. Äh. Ach ja, Kung Ching. Kung Chin, der Shaolin, ist mir ehrlich gesagt völlig unsympathisch. Aber mal sehen, vielleicht macht er ja eine Charakterentwicklung durch. Das wäre ebenfalls zu hoffen. Das wäre auch zu hoffen. Auf jeden Fall ein geiler X-Way Scheiße Nichts bessere als das deine Knarke Hörst Glück ist deine Warnabag Magst du deine neuen Lächern? Ja Nichts besser als das deine Knarke Ja 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 Boah, also die Steuerung mit Kung Ching ist wirklich alles andere als, äh, ja, leicht Jetzt bin ich es, der anderen Männer mit seinem Zauberstab ins Gesicht schießt Und das hört sich immer noch nicht besser an Boah, ein harter Kampf Upsa, ein harter Kampf auf jeden Fall Puh Und hast trotzdem zwei Döcher an der Schulter Habitamoo! Spielen wie ein Tor! Hätte sie sich nicht wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können? Die Archive erwähnten keine Symbionten Das erinnert mich etwas an das Queen Arrow Minispiel aus Injustice Nur das hier ist etwas weniger aktiv Bösser Gesicht! Uuuuuhh! Töne hier, um Ära zu machen? Ja! Ärger macht dich! Also im Video sah der Kerl größer aus! Oh, das sieht auch gar nicht so schwer so sein wie er aussieht! Ja! 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 Genau! Ja! Ich muss mal das Feuerzeug Verdammt, das hat er nicht NEIN! Na gut, ich hab den X-Ray jetzt wenigstens Puh! So, also einen weiteren Kampf krieg ich nicht hin in dieser Zeit und ich würd's auch blöd finden jetzt die Cutscene laufen zu lassen und dann der nächsten, also ihr wisst was ich meine Cutscene, dann nächster Kampf und dann Kampfpausierens wär blöde, machen wir hier einen Cut, ist ja auch nur knapp eine Minute weniger Ich glaube nicht, dass mir deswegen jemand den Kopf abreißt. Allerdings sind wir bei Mortal Kombat, daher könnte etwas anderes abgerissen werden was mir genauso viel bedeutet Lange Rede, kurzer Sinn Danke fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mortal Kombat X Wenn es wieder heißt FINISHEN! bei Mortal Kombat X bei Mortal Kombat X bei Mortal Kombat X bei Mortal Kombat X